BVB Total im Doppelpass mit der Telekom. Es gibt in der HSV-Defensive, aber wir haben es einfach nicht geschafft, das umzusetzen und erst am Ende des Spiels haben wir dann irgendwann auch mal ein paar Spielziege davon drin gehabt und dann wurde es auch direkt gefährlich, aber wie gesagt, im Großen und Ganzen haben wir uns über Wochen, Monate eine sehr gute Ausgangsposition in der Tabelle erarbeitet und haben uns das heute schon wieder ein bisschen kaputt gemacht und das müssen wir uns auf jeden Fall selbst zuschreiben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017